Hi Leute, ich bin's mal wieder und ich zeige euch meine Road to Russia 2018 Adrenalin XL Sammelmappe. Ich habe mir das Starter Pick gekauft. Dann fangen wir mal an. Mit Algerien. Wie gesagt, ich habe erst angefangen. Es fehlen mir noch ein paar Karten. Belgien. De Bruyne, Hasar. Romelu, Lukaku. Kroatien. Ich werde dann das nächste Video mit meinen Tauschkarten machen. Modric. Unter anderem werde ich dann auch Openings, Booster Openings machen. Dänemark. Christian Eriksen. Kate Blair. Kate Blair. Yusuf Paulsen von RB Leipzig. Dann geht's weiter. England. Joe Hart. John Stones. Jordan Henderson. Hier finden wir komplett die Engländer. Rain Rooney. Rashford. Stalent. Von Manchester United. Spanien. Da finden wir auch noch sehr viel. Thiago. Alcantara. Sergio Busquets. David Silva. Andres Niesta. Expert. Morata. Diego Costa. Dann geht's weiter mit Finnland. Hatitzki. Zwei Fans Favorites. Da fehlen wir eigentlich nicht mehr so viele. Dann Frankreich. Konchilni. CDB. Mathematuidi. Kante. Gamayro. Kingsley Coman. Dann geht's weiter mit Deutschland. Kimmich. Boateng. Hummels. Defensive Rock. Hector. Ilkay Gündogan. Mesut Özil. Manuel Neuer. Expert. Und Mario Götze. Teammate. Mario Gomez. Und Thomas Müller. Teammate. Dann geht's weiter mit Ungarn. Adam Scholloi. Goal Machine. Gamechanger. Ja, wie ihr seht, ich brauche noch viele Karten. Italien. Boonucci. Defensive Fork. Defensive Fork. Andrea Bassadi. Und hier Immobile. Goal Machine. Meister Eder. Dann die Holländer. Niederlande. Arjen Robben. Fans Favourite. Wesley Snyder. Dann weiter geht's mit Norwegen. Berlin. Da fehlen mir auch noch viele. Dann Polen. Piszczek. Blaszczykowski. Top Player. Robert Lewandowski. Portugal. Patricio. Fonte. Patricio. Fans Favourite. Joe Mario. Moutinho. Nani. Schwe. Äh, Rumänien. Fehlen mir auch noch ein paar Karten. Russland. Expert. Gamechanger. Dann Schweiz. Rodriguez. Fabian Scheer. Michael Lang. Juru. Karni Chaka. Sheerchan Jokiri. Walton Stocker. Schwer. 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 Gamechanger. Admir Mehmedy. Team-Mate. Harry Soferovic. Und Eren Derdiok. Dann Schweden. Brauch ich ebenfalls noch Karten wie man sehen kann. hier komplett leer. Türkei. Hakan Chalanolu, K-Player Chalanolu teammate, Shahin teammate Shahin fans favorite, Adaturan Imre Mohr und Geng Tosun Dann geht's weiter mit Wales Erwin Ramsey, K-Player Ashley Williams, fans favorite Neil Taylor Gareth Bale Gareth Bale, Gamechanger Ja, Argentinien Gonzalo Higuain, Goal Machine Angel Di Maria, Gamechanger Jawe Mascherano, teammate Di Maria, teammate Und Lionel Messi, teammate Dann geht's weiter mit Brasilien Marquinhos, Defensive Rock Paulinho, K-Player Casemiro Renato Augusto, Willian Dani Alves, den hab ich doppelt Fr. Felipe Coutinho Chile Fernandes Gutierrez Vargas Kolumbien James Rodriguez, Gamechanger Dann Mexiko Fehlen mir sehr sehr viele Neuseeland Und Australien Da fehlen mir bloß 3 Karten 3 Karten Und Zu guter Letzt Limited Edition von Lionel Messi Die war im Starter Pick dabei Ja Leute, das war die Sammelmappe Ich werde dann noch ein Tauschkarten Video machen Ich hab nicht so viele Karten doppelt Aber Wer was braucht Der kann Ähm Das mir in die Kommentare schreiben Ich hoffe das Video hat euch gefallen Es kommen noch ein paar MAM-Updates dazu Wenn ich wieder Karten hab, die ich brauch Ähm Ja Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat Und Bis zum nächsten Mal Ciao